Hallo, ich bin's, der Steffen, und wir nehmen uns eine neue Map vor, nämlich Spacefall, wenn ich den Namen richtig erinnere. Und, naja, es gibt KOS, es gibt ziemlich viele Truppen, hola, nice. Ähm, Republik, ich spiel natürlich Republik, weil Republik ist cooler und so. Yay, ich scheine aber ungefähr dieselben Truppen zu sein. Ich starte mal mit dem hier, und die Besonderheit ist, dass man gleich fällt. Wir fallen, yay. Und, wow, fuck, ich dachte, ich bremse jetzt ab, okay. Wenn man auf diesen Asteroiden landet, zu schnell landet, habe ich gelesen, so Informationen zu dem Mod, dann stirbt man. Wie man ja gesehen hat. Ähm, und, naja, man soll die gegnerischen Truppen töten. Okay, wo sind denn hier? Na komm, wo bist du? Ah! Hab dich doch gleich. Wo ist er jetzt? Ich glaube, der ist tot. Ach, verdammt. Das ist einer von uns. Das ist auch alles von uns. Das ist auch von uns. Wo haben wir hier ein paar Feinde? Da. Oh, Gott, wie soll ich den denn treffen, ey? Was ist das denn? Und, man, das Ziel ist es, halt die Feinde zu zerstören. Und dann unten in dieses Portal mit diesem blauen Ring rein, da drin zu landen, dann sportet man einfach wieder oben. Yay. Okay, der Ton ist ein bisschen leise. Ich kann ihn zwar später wieder hochstellen, merke ich aber. Für mich selber. Naja. Okay, wir fallen jetzt hier rein. Und jetzt? Jetzt sind wir wieder hier oben. Yay. Ähm, jetzt müssen wir mal ein paar Feinde finden. Wir müssen ja ein bisschen was töten hier. Oh, man muss sehr stark vorhalten. Ha, hab dich. Wir können ja mal ein paar Zeitbomben werfen. Da, da, da. Mausklakaden. Oh, fuck, die fällt mit mir. Oh, Gott. Oh, es heißt mir schon Bombe. Boah, das sieht geil aus. Hey, du da unten. Muckst du. Stoffe, wir verlassen. Hat. Nee. Ach, scheiße. Wir müssen. Oh, wir sind tot. Okay. Wahrscheinlich, weil wir irgendwie nicht in den Portal gelandet sind oder so. Äh, ich nehme mal den Typen. Mit dem kann ich ein bisschen besser treffen. Nehme ich mal an. Wir wirfen mal unser Autogeschütz. Ach, mit dem kann man nicht schießen. Das ist ja super. Ah, so kann man schießen. Okay. Ah. Okay, so geht's besser. Ähm. Feind. Wo bist du? Wo sind hier feindliche Ruinen? Der hier ist unter mir. Ich... Wow. Wie sie... Jetzt mal zu dem hin. Frecke. Ja, ihr habt dich. Es ist schwierig, viel zu bekommen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm. Feinde? Hallo? Titan ist das Portal. Wenn ich so mache, komme ich dann... Ja, ich bin drin. Und ich bin wieder hier oben. Okay. Wow. Wo haben wir hier? Druinen. Hallo, Druinen. Wo seid ihr? Wir sind anscheinend echt hier rumgeballt, aber... Ist der unter mir? Ich bin irritiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werfe mein Autogeschütz. Ähm. Was haben wir sonst noch? Beteiligung. Wo ist der? Nein, nein, nein. Ganz ruhig. Ach, der gehört zu mir? Hm. Hey, du. Yay. Cool. Nein, nein. Da hinten. Wie soll ich den treffen, ey? Da, 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 da. Jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Ich glaube, den treffe ich nicht. Ich suche nur ein anderes Ziel. Hallo, Druinen. Da. Nein, überheiz nicht. Ha! Hab dich. Okay. Neue Druinen. Komm, wo seid ihr? Oh, ich bin, oh, ich bin erledigt worden. Okay. Ähm. Was haben wir sonst noch hier? Ich glaube, das hier ist ziemlicher Quatsch. Verdammt, war das gerade eben Skype? Hm. Ich glaube, das ist der einzige, mit dem man hier was reißen kann, wegen der schnellen Waffe. Okay, schauen wir mal nach Druinen. Da oben ist ganz was los. Man kann schon anscheinend nicht hochfliegen. Nur, sich so ein bisschen bremsen. Na, komm. Ah. Bleib bei mir. Hab dich. Bam. Die krieg ich auch noch. Wenn ich schnell wissen würde, wie ich den treffen muss. Oh, jetzt ist aus meiner Sichtweite raus. Okay, irgendwelche Feinde hier. Hallo. Auch aus meiner Sichtweite. Kommt schon, wo seid ihr? Hallo. Jetzt bin ich wieder im Portal. Wop. Okay, Druinen. Ich krieg dich. Noch ein, yay. Übrigens, ähm, ich weiß nicht ganz, wann diese Folge ankommen wird, weil ich mir GTA 5 geholt habe und das noch runterladen muss. Und die bei Rockstar irgendwas verschissen. Nämlich, äh, stürzt der Launcher immer ab, mit dem man das Spiel dann runterladen soll. Und, ich hatte schon 30 GB runtergeladen von 60. Und mit meinem Internet dauert das 28 Stunden. Ähm, und... Das ist extrem behindert. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal runterladen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich werde deswegen den Computer für die nächsten 28 bis 30 Stunden komplett anlassen. Aber gleichzeitig werde ich das Video noch hochladen, weil ich YouTube nicht vernachlässigen will. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie lange das dauert, bis das hochgeladen ist, weil meine Internetgeschwindigkeit ja stark beeinträchtigt ist dadurch. Und ich ohnehin schon ziemlich, ähm, schlechtes Internet habe. Was sowas angeht. So, Download und allgemein so. Ey, die Rakete. Konnte der die anvisieren? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Naja, deswegen weiß ich nicht, wann das ankommen wird. Ich nehme das jetzt auf, ähm, 11. Und, naja. Der hat eine unsichtbare Waffe da. Kann man damit anvisieren? Ne, ne, ne. Nehmen wir den Typ mit der unsichtbaren Waffe. Ach, der kann sich... Wow, das unsichtbar machen, das hilft uns ja sicherlich. Richtig krass. Verbrenner. Ja, ne, der ist scheiße. Ähm. Schauen wir mal den Typ mit der Rakete. Der... Vielleicht können wir ja... Droiden anvisieren. Ja, können wir. Okay, das ist natürlich geil. Komm, wer droht. Und... Okay, wo ist die Rakete jetzt hingegangen? Oh. Okay, sah auf jeden Fall interessant aus. Da. Schuss. Feuer. Und da geht die Rakete. Ja. Jaum. Bam. Oh yeah. Das sah ja nice aus. Die schab ich gleich auch. Dass die Rakete mal so hoch geht vorher, ist voll seltsam. Zack. Noch eine. Okay, jetzt macht es noch Spaß hier. Jaum. Bam. Oh yeah. Schade, dass wir nur drei Schuss davon haben. Nehmen wir ein paar seismische Bomben raus hier. Ja, komm, komm. Visieren, Visieren, Visieren. Ach, zu spät. Ah, da bist du wieder. Komm, Visieren, komm schon. Das dauert viel zu lange, ey. Ja, los, Hoppop. Was? Oh, ich bin geblitzt worden. Oh. Wie bedauerlich. Das ist auf jeden Fall die coolste Truppe hier. Ja, komm. Sieg. Okay, so geht's auch. Zehn Minuten. Relativ kurze Folge, aber ist eigentlich auch in Ordnung so, ey, dass die seismische Bombe neben mir. Weil wegen dieser, wegen der großen, weil ich das ja hochladen muss, weil das viel, viel Gigabyte groß, Dings, das Video verbraucht, viel Speicherplatz. Damit meine ich das. Du brauchst zu lange zum Hochladen und keine Ahnung, wie lange es braucht. Und, ähm, naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, eine, eine mal ganz andere Map, äh, mit diesem Dingens machte die sogar ein bisschen Spaß, so. Das Prinzip ist ganz in Ordnung. Das ist von einem Typen die erste Map gewesen. Ähm, also müsst ihr da ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn ihr das kritisiert. Äh, für eine erste Map finde ich das, ist das eine sehr interessante Idee. Und, naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.